Hey ho mein Lieber, heute geht es um Instagram. Instagram und Podcasts ist doch nicht so kompatibel. Doch wir zeigen dir nämlich heute, wie du mit deinem Podcast live gehen kannst und das mit ganz einfachen Schritten. Ich labere aber nicht zu viel, ich starte mit dem Intro. Yay! Welcome back, Michael. Welcome back to you. Wir machen das Ganze jetzt über Instagram. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Es ist für uns ein erster Test, muss man sagen. Und wer jetzt hier gerade live zuschaut, hey, coole Sache. Danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Freut uns sehr. Für die Menschen, die auf YouTube sind, ihr könnt uns auch live und in Farbe sehen quasi. Und für die Menschen auf Spotify, Apple Podcast und Co., ihr könnt uns hören. Sehr gut. Alle am Start. Crazy. Richtig. Crazy. Ja, es ist schon krass, wie weit wir eigentlich schon mit der Technologie sind. Guck dir an, drei Kameras starren uns an, zwei Mikrofone vorm Gesicht und wir nehmen auf. Einmal für die Hörer selbst und einmal für Instagram. Geil. Ich feiere es auf jeden Fall. War tatsächlich eine spontane Aktion. Was heißt spontan? Ganz so spontan nicht, aber das war ein Vorschlag von Michel. Ja, es war schon sehr spontan eigentlich. Hast du Bock heute eigentlich so ganz spontan die Live-Aufnahme zu machen auf Instagram? Ja, voll Bock. Drei Stunden später sitzen wir schon da mit 14 Mikrofonen und nehmen auf. Ja, für die Leute, die sich jetzt zugeschaltet haben. Hier ein Mikrofon, hier ein Mikrofon. Da ein Mikrofon, hier ein Mikrofon. Ja, wirklich auf. Crazy. Aber ich starte mal mit dem ersten Punkt. Es geht ja eben um Instagram Live. Was brauche ich als Podcaster dazu, damit ich überhaupt mal starten kann? Ganz einfach, du brauchst auf jeden Fall einmal ein Handy, mit dem du auf Instagram Live zugreifen kannst. Und einmal ein Konto mit mindestens 100 Followern. Weil ich glaube, davor geht leider die Live-Funktion nicht. So ist es, ja. Das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, wenn du wirklich am Smartphone mit einem Mikrofon streamen willst oder live geschaltet werden willst. Die meisten Leute schalten sich meistens nicht mit einem Mikrofon ein, weil du dazu, ja, technisch affin sein musst, sagen wir mal. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe da so einen kleinen Adapter für die Leute auf YouTube und hier auf Instagram, sehen es gerade. Ein Adapter mit USB-C auf USB, das in meinem Handy angesteckt und easy going. Und schon funktioniert das Ganze und du wirst wirklich über das Mikrofon dann aufgenommen. Das ist natürlich von der Qualität auf jeden Fall besser. Für die Sparfüchse unter euch, wenn ihr aber ein gutes Bluetooth-Headset habt, könnt ihr das natürlich auch verwenden. Es muss nicht ein eigenes Interface oder ein eigenes Profi-Mikrofon sein. Kann man auf jeden Fall so empfehlen. Wir wollen natürlich so nah wie möglich zeigen, was machen wir denn, wie sind wir hier verbunden, behind the scene etc. Also wirklich spannend. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Diese Aufnahme wird auch nachträglich dann auch für Instagram veröffentlicht. Das heißt, wenn der eine oder andere keine Zeit hat, kein Problem. Hey, wir sind trotzdem hier und nehmen diese Episode für euch auf. Richtig. Was ist der zweite Punkt? Richtig. Gehen wir zum zweiten Punkt und das ist eine stabile Internetverbindung. Und man muss auch sagen, es funktioniert alles. Michael hat seit neulichst einen neuen Modem und das hat dazu geführt, dass er jetzt auch eine stabile Verbindung hat. Bei mir funktioniert auch soweit alles. Ich hoffe und ihr könnt auch im Chat gerne schreiben, hey Leute, eure Internetverbindung ist echt schlecht. Könnt ihr einfach was sagen? Bitte. Einfach Real Talk hier auf Instagram. Aber ansonsten, glaube ich, können wir uns ganz gut verstehen. Ich glaube auch. Michael sehe ich zweimal. Sehr, sehr geil. Was wünscht man sich mehr um 19 Uhr an einem Mittwochabend? Richtig. Aber auf jeden Fall, diese Übertragungsgeschwindigkeit ist extrem wichtig, wenn die Leute euch, egal ob jetzt auf Instagram oder wenn ihr einen Twitch-Kanal habt zu streamen oder auch auf YouTube, gibt es ja auch die Funktion. Also da müsst ihr wirklich achten, dass die Internetverbindung einigermaßen gut ist. Ansonsten keine Chance. Definitiv, ja. Punkt 3 ist natürlich das zusätzliche Mikrofon. Das haben wir schon erwähnt. Ihr könnt euch austoben wie der liebe Gio mit seinem USB-Dongle. Ich habe es so ziemlich ähnlich gemacht. Ich habe noch extra mein Behringer Interface rausgeholt und mein Zusatzmikrofon, also die alten Mikrofone von meiner Geflüster, und habe sie per USB-C-Dongle am alten Huawei-Handy von der lieben Bi, also von meiner Partnerin, angeschlossen und es klappt. Ich bin sehr überrascht, dass es wirklich so easy funktioniert. Aber das Mikrofon wird dann anscheinend vom Behringer Interface ans Handy weitergeleitet und man hört mich eigentlich ziemlich gut. Ja, also bin ich auch der Meinung. Und vielleicht komme ich noch kurz zu meinem Mikrofon. Das ist ein mobiles Aufnahmegerät von Zoom, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. So ist es. Zoom H2n, das heißt, es ist ein mobiles Aufnahmegerät, was aber den Vorteil hat, man kann hier die Interface-Funktion einschalten. Dann kannst du dieses Mikrofon als Oberfläche verwenden und du kannst da rein quasi gleichzeitig sprechen. Und das ist eine total coole Sache. Das heißt, nicht nur unterwegs, sondern auch zu Hause über den Smartphone verbunden, über einen Kabel. Und ich feiere es tatsächlich, dass wir spontan diese Geschichte hier aufgebaut haben, technisch. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt, Michael. Ich muss dir ehrlich sagen, ich freue mich, dass es so reibungslos von Anfang an funktioniert hat. Verschrei es nicht, Michael. Es war ja wirklich in zehn Minuten aufgebaut und es läuft. Verschrei es nicht. Nee, holst du es. Vielleicht geht die Kamera aus, ich weiß es nicht. Unsere Internetverbindung bricht, keine Ahnung, der Nachbar fängt an zu bohren. Ich weiß es nicht. Nee, wird schon alles hinhauen. Was ansonsten auch möglich ist, damit ihr solche Probleme nicht habt. Michael hat es, glaube ich, schon erwähnt. Ein Lavalier-Mikrofon kann man zum Beispiel auch an einem Smartphone verbinden. Weiß ich nicht. Auch von Rode gibt es bestimmte Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Rode Wireless Go. Absolut. Unbezahlte Werbung, wie gesagt, an dieser Stelle. Aber damit funktioniert das Ganze auch. So ist es. Ihr braucht auf jeden Fall, aber sage ich gleich dazu, weil ich habe die Teile hier liegen, ihr braucht auch ein extra USB-Kabel, damit ihr das auch am Handy nutzen könnt, weil sonst ist es leider sinnlos. Richtig. Dann, Michel, kommen wir doch zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist auch sehr wichtig, wenn ihr euer Handy verwenden wollt zum Livestreamen, nämlich ein Stativ, beziehungsweise eine Halterung, wo ihr euer Handy reinklemmen könnt, weil die ganze Zeit halten jetzt über die nächsten 20 Minuten, wäre halt ein bisschen anstrengend, mag keiner, will keiner und ich glaube, mit seinem 5-Euro-Stativ vom Mediamarkt kommt ihr schon ziemlich weit. Guter Punkt und das ist auch tatsächlich bei mir der Fall. Also ich habe tatsächlich so einen beweglichen Stativ für mein Smartphone. Die Kamera ist hinten dran, damit wir diese YouTube-Aufnahme durchführen können und damit du mich auch sehen kannst, Michel. Und ich glaube, das ist total ausreichend, um durchzustarten, weil das Wichtigste ist, man muss einfach machen. Oftmals sagt man, ja, ich habe nicht das perfekte Setup und so weiter. Ja, unser Setup sah am Anfang auch nicht so aus, dass wir da Farben, Lichter und ich finde mal eigentlich einigermaßen ein ganz gutes Setup, wenn ich das so sagen kann an dieser Stelle, aber es muss gar nicht so krass sein. Also einfach durchstarten. So ist es. Einfach mal machen. Probieren mit dem, was man zur Verfügung hat, damit man einfach mal starten kann. Steffi schreibt, sehr spannend, muss leider wieder los. Stellt ihr das Video nochmal online? Ja, machen wir auf jeden Fall, wir versuchen es. Ja. Und wir begrüßen auch unseren Freund Thomas von Against Fate, der sich jetzt zugeschaltet hat. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Unser Sprecher übrigens bei den Podfluencern, muss man auch an dieser Stelle erwähnen. Richtig. Shoutout an dieser Stelle. Richtig. Gut, kommst du zum nächsten Punkt? Ja. Sehr gut. Und das haben wir gerade erwähnt. Das ist die Beleuchtung. Das macht natürlich bildlich schon was her. Ja. Wenn du tatsächlich ein Video schaust, zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram live jetzt zum Beispiel und ihr seht, Michael, okay, auf Instagram sieht man jetzt, Michael, deine Farbe nicht. Schaut unbedingt auf YouTube vorbei. Das sieht man. Dann seht ihr diese schöne Beleuchtung. Richtig. Und auch bei mir hinten. Also es macht schon, finde ich persönlich, immer was her, wenn man bei einem Podcast dann oder sonst jemand, wenn man dort die Beleuchtung sieht, ein bisschen Farben. Ihr kennt zum Beispiel, keine Ahnung, Herr Anwalt oder ähnliches. Total geile Farben immer im TikTok, im Instagram Reel und das Ganze auch auf YouTube. Also kann ich sehr empfehlen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine coole Sache. A, für das Setup, aber B, um euch besser zu sehen. Das heißt, eine Ringleuchte, eine Fotobox oder ähnliches. Und da braucht ihr auch nicht zu tief in die Tasche greifen. Ein normales Ringlicht tut es eben auch. Und für die Hintergrundbeleuchtung. Jeder hat irgendwie so eine LED-Lampe schon mittlerweile zu Hause, denke ich. Wo man einfach nur hinterbei hinstellt und sich eine schönere Atmosphäre zu bauen. Und vor allem muss man auch sagen, ich habe ja zum Beispiel keine so krass teuren Fotoboxen oder Ringlichter oder so. Das ist alles, sage ich mal, im Basic-Bereich. Kommt tatsächlich noch Equipment dazu. Aber für den Anfang reicht es vollkommen aus. Total. Ich weiß tatsächlich gar nicht, in welche Kamera ich schauen soll. Ja, es ist durchgehend. Soll ich dich da anschauen? Soll ich dich auf Instagram anschauen? Soll ich dich da anschauen, damit du mich mindestens sehen kannst? Also ja, total spannend, dieses Experiment. Und ich bin echt gespannt. Schreibt es dann auch später gerne in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Wie die Qualität war. Ihr könnt auch real sein und sagen, hey, ja, bist du in deine Beleuchtung? Michel, weiß nicht. Also das kann ich auch sagen. Michel, ich würde dein Mikrofon nächstes Mal anders hinstellen zum Beispiel. Also nicht von unten, sondern eher gerade. Aber dafür ist Stativkenntnisse gefragt. So ist es. Ja, derzeit ist es halt einfach nur eine provisierte Aufnahme geworden. Aber wenn die Leute schreiben, ja, hey, war cool, würden wir uns gerne öfters ansehen, überlege ich mir da was. Vielleicht bekommt man das dann ein bisschen besser hin. Ja. Oder vielleicht in Zukunft über Twitch oder YouTube streamen. Das kann ja auch natürlich auch möglich sein. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Genau. Vor allem habe ich mal mir zuzwitschern lassen, dass Riverside auch die Funktion bereithält, dass man streamen kann. So ist es, ja. Und vielleicht kommt irgendwann einmal der Link in eine der Storys von uns. So. Aber Michel, ich würde schon sagen, jetzt schauen wir mal, ob jemand noch zusätzlich geschrieben hat. Nee, leider nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, danke an alle schon mal die Grüße aus Kalifornien. Ah, Grüße. Grüße. Exchange. Ja, Mementor. Mementor. Ja. Hi. Grüße nach Kalifornien. Und Grüße nach Österreich. Ich komme aber dennoch noch kurz zu der Zusammenfassung von dem Versuch von uns. Was braucht ihr? Was braucht ihr jetzt alles im Schnelldurchlauf? Ein Smartphone, eine stabile Internetverbindung, ein zusätzliches Mikrofon, das was der liebe Gio schon in die Kamera hält, ein Stativ und eine Beleuchtung. Wenn ihr diese Punkte habt, ah doch, mir fällt noch etwas ein, holt euch ein Ladekabel, weil ich glaube, das Handy sollte auf jeden Fall vollgeladen sein, mindestens. Und zweitens, wenn es nicht so ist, schaut, dass ihr irgendwie euch so einen USB-Splitter holt, damit ihr währenddessen auch euer Mikrofon anschließen könnt und eben euer Handy laden könnt, weil InstaLive saugt extrem viel Akku. Übrigens, Grüße an Lucy Underworld, schöne Grüße von der besten Zuhörerin. Die allerbeste, nämlich. Hey, danke. Ja. Danke für euren Support. Was will ich sagen? Michael hat schon erwähnt, was man braucht, so als kurze Zusammenfassung. Wir werden das Ganze hier auf Instagram verlinken, auf jeden Fall, damit ihr Bescheid wisst und sagt uns einfach Bescheid. Hey, cool, was ihr macht. Macht ruhig mehr davon, testet nochmal was aus. Und wenn ihr gerade live seid hier auf Instagram, mit Podcast Creator wollen wir ja verschiedene Tools testen, damit die Community, die Podcast Community, alle kreativen Menschen sagen, ach, cool, im Podcast Creator haben sie letztens das und jenes getestet. Das wollen wir jetzt auch tun. Und hey, schickt uns Anfragen, wenn ihr sagt, hey, cool, wie könnt ihr das und jenes machen? Wir testen das aus. So ist es. Michael ist sehr technisch affin. Tio auch. Ich glaube auch gar nicht so schlecht. Und zusammen arrangieren wir uns irgendwie, dass wir für euch das bestmögliche Ergebnis generieren. Und wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. So ist es. Und wir versuchen zu helfen, wo wir nur helfen können. So ist es. Na gut, dann sind wir wieder mal am Ende der Episode angekommen. Es hat mir sehr gefallen. Es war sehr spannend, sehr lustig. Es hat Spaß gemacht. Ja, schon. Ich glaube, das machen wir öfters. Ich glaube, das kann ich schon mal so entscheiden. Ja, das ist tatsächlich meine erste Live-Aufnahme hier auf Instagram. Oh, wirklich? Mhm. Geil. Das ist zum ersten Mal jetzt soweit. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber Michel blendet auch Effekte ein. Also das heißt, ganz am Anfang haben wir getanzt und ihr fragt euch, was machen sie denn da? Ja, wer bei Podcast Creator reingehört hat, der weiß, dass wir im Intro tanzen. Einfach so auf YouTube. Könnt ihr das einfach live sehen mit Musik und alles. Schaut unbedingt vorbei. Wir tanzen dazu. Das macht einfach Spaß. Das leitet so quasi das ganze Podcast Creator Dasein für uns und es macht einfach Spaß. Ja, es lockert einfach ein bisschen die Situation immer ein bisschen auf. Und viele tanzen mit, haben wir uns schon sagen lassen. Haben wir von vielen gehört tatsächlich. Das stimmt. Keine Nähe von Informationen. Na gut. Ja. Michel, ich würde sagen, hier bei Riverside oder auf Riverside stoppen wir dann demnächst. Beenden das Ganze. Lassen noch hier auf Instagram noch ein paar Minuten laufen, bis wir uns dann von euch verabschieden. Und liebe Zuschauer hier auf YouTube und auf Instagram natürlich. Danke, dass ihr euch wieder zugeschaltet habt und schreibt uns auf YouTube, Instagram und Co. Und Michael, du darfst jetzt zum Ende dieser Episode kommen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt genügend mitgenommen. Haltet die Ohren steif. Andere Dinge auch. Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.